Hi Julina, ich freue mich sehr. Schön, dass es geklappt hat. Hallo Kim, hallo Ted. Vielen Dank für deine Zeit, mehrfache Zeit, auch in Vorbereitung auf den letzten Stream schon. Und heute hast du etliche Sachen verschoben, damit du dabei sein kannst. Es tut mir leid. Meine Sonntage sind einfach so voll, dass ich es auch wahrscheinlich erst im März wieder geschafft hätte. Das ist eine Katastrophe tatsächlich in diesem Jahr. Aber ich freue mich, dass es noch kurzfristig geklappt hat. Julina, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du, warum bist du da? Ich bin Psychologin und bin auch in verhaltenstherapeutischer Weiterbildung, wobei das gerade momentan so ein bisschen ruht, weil ich mich gerade selbstständig mache. Aber hauptsächlich, oder warum ich überhaupt hier bin, ist, weil ich einiges an Erfahrung mit Transpersonen im psychotherapeutischen Umgang lernen durfte. Ich habe 2021, glaube ich, in einer Praxis für Kinder- und Jugendpsychotherapie gearbeitet, wo die einen Schwerpunkt hatte, eben auf Kinder und Jugendliche mit Geschlechtsinkonkurrenz, beziehungsweise die sich als Trans identifizieren. Und ja, habe da sehr viele Stunden viele Patienten auch irgendwie kennenlernen dürfen und dachte, es macht vielleicht Sinn, noch mal so ein bisschen über den psychologischen Background zu sprechen, so ein bisschen auch vielleicht mit Vorurteilen auch aufzuräumen, die vielleicht noch da herrschen. Und ja, bin jetzt. Und du bist aktuell auch so in unserer Bubble drin, ne? Was ist aktuell dein Schwerpunkt, beziehungsweise wo willst du hin so die nächsten Monate? Genau, ich bin, also ich mache mich ja gerade selbstständig für, als Psychologin und biete Beratung an für, also das mache ich schon seit drei Jahren, für E-Sportler vor allem, da hatte ich auch meine Masterarbeit drüber geschrieben, aber eben auch für Creator. Das heißt, ich habe, ich kenne auch schon, habe viel mit Creator zu tun aktuell und merke natürlich, okay, es sind halt immer wieder ähnliche Probleme, die irgendwie zu psychischer Belastung führen. Wir hatten das ja im letzten Jahr auch ganz präsent, dass ganz viele Creator irgendwie aufgehört haben oder es gab ja auch diese, ich weiß nicht, irgendeine Doku über Creator Burnout. Ja. Und was wirklich sehr, sehr schade ist, weil es ist ja eigentlich ein Beruf, da geht es irgendwie um das Ausleben seiner Leidenschaft und es sind aber auch einfach Leute mit denen, die mir sehr sympathisch sind, wo ich sehr viel, ja, Zuneigung und, ja, Verbindung auch zu spüre. Und deswegen ist so mein Ziel, denen auch so ein bisschen zu helfen von psychologischer Seite aus, ihren Beruf länger und gesünder ausüben zu können. Kann ich dich fragen, hast du da mehr Männer oder mehr Frauen aus unserer Szene? Aus eurer Szene sind es eher mehr Frauen, im E-Sport sind es halt mehr Männer. Ja. Genau, ja. Weil es ist so spannend, deswegen habe ich da nochmal nachgefragt, weil es passt heute thematisch nicht, aber es passt thematisch in den nächsten Monat, weil wir über toxische Männlichkeit und Depressionen reden und ich dazu auch ein, zwei Creator geladen habe, bewusst nicht gegendert, weil es zwei Männer sind und wir sind ja eine sehr männerlastige Bubble und trotzdem hast du bei genau diesem Thema mehr Frauen, wo sich auch letztes Jahr sehr viele Männer geoutet haben, in Anführungszeichen, dass sie Depressionen haben oder Burnout haben, ist für mich ein unglaublich starkes Thema. Also vielleicht lade ich dich dann nächsten Monat direkt nochmal zu ein, wenn du Lust hast, weil du, glaube ich, sehr gefragt bist in der Szene, wir aber noch kaum Menschen haben, also auch im E-Sport. Ich weiß, dass die EPF da sehr viel macht, die E-Sports Player Foundation und da sehr drauf Acht gibt, aber ansonsten ist es, glaube ich, noch relativ wenig angekommen. Und ich habe gesehen, du hast einen Podcast mit der Prime League, richtig? Oder bist du da als Gästin? Ja, genau. Wir haben eine kleine Videoreihe für Social Media gemacht, wo es eigentlich mehr ein bisschen Teaser, wo es ein bisschen darum geht. Hier, es gibt auch sportpsychologische Infos, die für alle Spieler vielleicht auch irgendwie wichtig sind, nicht nur die absoluten Pro-Player. Ja. Und genau, da gibt es so eine kleine Videoreihe mit ein paar Infos von mir. Cool. Wir springen heute in ein anderes Thema. Heute geht es viel um die queere Community. Wir haben letzte Woche, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du den Stream mitbekommen hast, ob du dabei warst. Da haben wir mit Finesse Stream gemacht, wo wir eben über Diskriminierungsgewalterfahrung aus der queeren Szene gesprochen haben. Und wir hatten vor allem ganz viele Menschen aus der Trans-Community. Und Julina hat mir vorbereitend auf diesen Stream ein Sieben-Seiten-Dokument zukommen lassen. Weil manchmal kommt das vor, dass Leute mir aus der Community schreiben und meinen, hey, ich bin da fachlich, kann ich da was bieten? Soll ich dir was zusammenschreiben? Und dann sage ich immer, ja, mach gerne. Und dann kommt eigentlich meistens nichts mehr, um ganz ehrlich zu sein. Bei Julina kam nach zwei Tagen oder so ein Sieben-Seiten-Dokument in Schriftgröße 12, Sieben-Diener-Vier-Seiten, das unglaublich spannend war und das auch sehr, sehr viel über deine Arbeitsweise verraten hat. Also, wie du arbeitest, wie du an Menschen rangehst. Und war mir, also die Sympathie sprang mir aus dem Dokument, muss ich sagen. War schon sehr, sehr sympathisch. Und da gab es verschiedene, du hast in verschiedene Themenübersichten gegliedert. Und ich glaube, du hast auch einfach viele Themen mit reingebracht, die für meine ZuschauerInnen interessant sein könnten, um mal so ein paar Basics zu klären. Das haben wir nämlich letzte Woche gar nicht gemacht. Also sowas wie, was ist eigentlich der Status Quo? Du hast auch über Geschlechter geschrieben. Ich würde das gerne heute auch anschneiden, aber nicht als Diskussion, sondern als Faktenlage. Und wir haben schon gesagt, wir hangeln uns da heute ein bisschen entlang. Und ich glaube, wir können einfach mal bei der Basisfrage anfangen. Warum müssen oder warum kommen Menschen, die trans sind oder die denken, dass sie trans sind, überhaupt zu dir in die Therapie? Ja, also es hat ein bisschen hauptsächlich historische Gründe. Es ist natürlich, also lange Zeit wurde, ähnlich wie Homosexualität früher auch, wurde trans, also die Diagnose heißt Transsexualismus, was so ein bisschen, anyway, brauchen wir nicht drüber reden, ist halt ein bisschen weird, ist eine F64 gewesen. Das ist eine schwerwiegende Störung der Geschlechtsidentität. So wurde das kategorisiert früher. Und das ist halt eine sehr, sehr, sehr schwere Diagnose. Weil die, also es gibt halt Diagnosen, die sind per Definition ein bisschen leichter und ein bisschen schwerer, einfach weil sie eine unterschiedliche Art von Dauer auch haben. So zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen oder eben die F64, wie es im ICD-10 noch hieß, sind sehr, sehr, also man hat früher angenommen, die gehen ein Leben lang, die sind sehr schwer, die beeinträchtigen dich auf vielfältige Weise im alltäglichen Leben. Und ja, und das ist so ein bisschen so der Grund auch mehr oder weniger, weil man festgestellt hat, okay, die Leute brauchen irgendwie eine Art von medizinischer Versorgung. Und ganz, ganz früher wurde leider angenommen, ja, es muss eine psychotherapeutische Versorgung sein. Das heißt, das ist irgendwie, wir haben, wie gesagt, eine Störung der Geschlechtsidentität. Das war so früher der Terminus, wo dann dachte, ja, irgendwie, das hat was Psychisches so. Und davon ist man jetzt mittlerweile weg, weil man sich so ein bisschen die Studienlage angeschaut hat und natürlich auch irgendwie geguckt hat, man hat es weiter erforscht, man hat, obwohl es eigentlich ein Phänomen ist, was sehr, 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 sehr selten ist. Und ich weiß, das kommt uns nicht so vor, weil es gerade sehr, sehr präsent ist, Media. Überall Regenbogenflaggen. Richtig unangenehm, Entschuldigung, ja. Aber es ist sehr, 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 sehr selten. Und es ist halt, ich habe jetzigerweise gerade auch in Vorbereitung auf dem Stream so eine Studie nochmal gelesen aus Schweden, die so ein bisschen Vergleichen hat, wie die Prävalenzen, also das Vorkommen von Trans im Verlauf der Jahrzehnte war. Ja, es ist jetzt so, 2020 ist es im Vergleich zu 1980 ein zehnfaches höher. Aber das liegt halt nicht daran, dass viel mehr Leute jetzt irgendwie trendmäßig Trans werden oder sonst was, sondern das liegt halt einfach daran, dass wir eine Offenheit mit dem Thema haben, dass viele Leute das früher irgendwie versteckt haben. Das heißt, die Dunkelziffern waren früher einfach höher. Und selbst nach dieser zehnfachen Steigerung sind wir nur bei 0,01 Prozent der Bevölkerung. Ja. Das ist halt, das ist nicht viel. Das ist nicht, nicht viel. Anyway, wir waren so ein bisschen bei dem Thema, warum kommen Leute in die Sprechstunde. Die Sache ist, es geht ja darum, auch irgendwie geschlechtsangleichende Maßnahmen, also für viele, nicht für alle, aber für viele geht es auch so ein bisschen darum, geschlechtsangleichende Maßnahmen zu haben. Das heißt, Hormontherapie, chirurgische Maßnahmen, was auch immer. Und das ist halt, da muss man quasi in das Gesundheitssystem. Man möchte halt Leistungen von dem Gesundheitssystem beziehen, weil das alleine schwierig oder kaum tragfähig ist. Also da muss man schon finanziell gut ausgestattet sein. Was kostet das denn? Kannst du mal beziffern tatsächlich? Weil ich habe tatsächlich einen Freundeskreis, wo ich einige Transfreunde habe, durch Zufall und über Twitch, also in privaten wie im Online. Und da habe ich Zahlen gehört von, also ich weiß zum Beispiel, dass Finesi sehr häufig die Krankenkasse gewechselt hat, um zu schauen, wer bietet mir diese Leistung überhaupt. Das hat bei vielen Krankenkassen nicht geklappt und dann wurde gewechselt. Das höre ich von vielen tatsächlich. Ich habe aber auch Menschen, also 10.000 stand mal im Raum, die sie aus eigener Tasche bezahlt haben. Was sind da so deine Erfahrungen? Es kommt so ein bisschen darauf an, was man wo macht. Also Hormone kosten nicht so viel. Das sind 60, 70 Euro für drei, vier Monate oder so ungefähr. Die Operationen sind halt das, was ordentlich reinschlägt. Es kommt halt so ein bisschen darauf an, wo man hingeht. Also ich weiß zum Beispiel, in Thailand kann man sich mit sehr hohem medizinischem Standard für 10.000 bis 15.000 Euro oder so operieren lassen und hat da ein gutes Ergebnis. Wenn man nach Amerika geht, dann ist man sehr schnell bei den Hunderttausenden. Krass. Es kommt halt auch so ein bisschen darauf an, was man machen lässt. Brust-OPs variieren auch von 2.000 bis 7.000, je nachdem, wo man hingeht. Ja, und auch so ein bisschen, welche Technik vermittelt wird. Grundsätzlich ist so ein bisschen für die, die es privat bezahlen wollen, ist Thailand für viele way to go, weil es günstig ist und gut. Die haben halt wirklich viel Erfahrung damit. Da sitzen oder einer der bekanntesten Ärzte da ist Dr. Suporn. Das war so ein bisschen witzig, weil er teilweise auch hier auf so einer Ausstellung, also mein Heimatort ist Kassel, und da gab es noch so eine Ausstellung zu Trans und dann wurde der da auch gefeatured und wurde so ein bisschen vorgestellt, weil er halt so eine neue Methode irgendwie entwickelt hatte damals. Ja, und der ist halt relativ bekannt und gut. Es gibt aber auch mittlerweile in Deutschland viele Kliniken, die das machen. Es gibt in München ein paar, in Hamburg und so weiter und so fort. Grundsätzlich muss man aber sagen, also in Thailand, die machen halt, das ist halt auch so ein bisschen eine andere Arbeitsmoral, sage ich mal. Oder was heißt Arbeitsmoral, aber ein anderer Arbeitsanspruch. Das heißt, die hauen da wirklich die 100 bis 200 OPs im Jahr raus, während du hier in Deutschland bei den Chirurgen 10 bis 50 hast. Genau. Aber das ist so zu den OP-Kosten, sage ich mal. So, wir waren jetzt aber auch so ein bisschen bei dem Punkt, so ja, okay, wie ist das, warum braucht man überhaupt Zugang zum Gesundheitssystem? Oder warum nimmt man es nicht einfach raus? Wenn man jetzt mittlerweile weiß, hey, das ist keine psychische Erkrankung, warum hat das überhaupt noch eine Diagnose? Warum nimmt man, weil Homosexualität war ja bis 1990 auch noch eine Diagnose, hat man dann aber rausgenommen, weil man gemerkt hat, es funktioniert nicht. Also es gab, traurigerweise, das ist ja das Traurige, es gab ja Versuche, das therapeutisch zu behandeln. Man kennt die Ausläufe oder den Begriff Konversionstherapie immer noch. Man hat ja versucht, das zu behandeln. sowohl bei Homosexualität als auch bei Trans hat man es versucht und man kam halt immer wieder zu dem Schluss, erstens funktioniert es nicht und zweitens macht es alles ziemlich viel schlimmer. So, und das ist halt ein schlechtes Ergebnis für eine Wissenschaft, die sich darum kümmert, das menschliche Fühlen und Erleben zu verbessern. Da geht es ja darum, das ist auch mein Fokus, tut es der Psyche gut, dann ist es gut. Wenn es der langfristig nicht gut tut, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut. Und Konversationstherapie, nur dass ihr es gehört habt, falls jemand damit was nicht anfangen kann, ist quasi, dass man, man kennt das, glaube ich, aus der Homosexualität sehr verbreitet, dass man versucht, denjenigen darauf festzusetzen, dass es ein psychisches Problem ist und dass man ihn wieder ummodelt, sage ich mal, und dass er gar nicht schwul ist oder dass er gar nicht trans ist. Ja. Kennt man vor allem aus der Kirche, glaube ich, kennt man den Begriff noch am ehesten. Ja. Genau, aber man hat mittlerweile, heutzutage ist eigentlich der wissenschaftliche Konsens, nein, das ist keine psychische Erkrankung. Und wenn ich sage wissenschaftlicher Konsens, worauf berufe ich mich da? Da berufe ich mich darauf, dass im ICD-11, also dem Internationalen Klassifikationssystem, für Erkrankungen es nicht mehr Transsexualismus heißt, sondern es heißt dann Geschlechtsinkonkurrenz. Das heißt, was quasi einen Leidensdruck verursacht, ist dieses Erleben, hey, das Geschlecht, was mir zugewiesen wird, stimmt nicht mit dem überein, was ich verspüre für mich. Ja. Und, ja. Ja, gerne, gerne. Red euch weiter. Genau, genau. Und das ist halt, das ist halt das Eigentliche, das eigentliche Thema. Nämlich diese, nicht, dass ich dieses Erleben habe, sondern dass ich darunter leide, weil das Krankensystem oder das Gesundheitssystem ist dazu da, Krankheiten oder krankheitswertigen Leidensdruck zu vermindern. Und das haben wir, das haben wir da quasi jetzt bei Geschlechtsinkonkurrenz, es ist keine Krankheit, sondern es ist ein krankheitswertiger Leidensdruck. Und, genau, und im ICD-11 ist es dann eben als Geschlechtsinkonkurrenz und es ist nicht mehr, also es gibt halt diese, diese Buchstaben, die immer vor Diagnosen stehen, so F, A, B, C und so weiter und so fort, geben an, in welcher Kategorie es ist. Und die F-Diagnosen sind psychische Störungen. Und Geschlechtsinkonkurrenz ist im neuen ICD-11, der eigentlich schon seit 2022 gelten sollte, dazu gleich nochmal, ist es nicht mehr als psychische Störungen, sondern als eine neue Kategorie, es ist eine H-Diagnose und H-Diagnosen sind dann Conditions related to sexual health. Und das ist quasi, ich glaube, das ist eine neue Kategorie tatsächlich, aber das ist sowas wie Schwangerschaft. Und das heißt, da hat man sich auch Mühe gegeben, eine Entstigmatisierung von Trans- und Geschlechtsinkonkurrenz anzustreben, zu sagen, das hat, also das ist nicht keine Erkrankung, keine psychische Erkrankung, sondern das ist einfach ein Zustand, der erfordert Aufmerksamkeit vom Gesundheitssystem. Aber das ist jetzt nichts, wo wir, wo wir irgendwie gegenarbeiten müssen. Das ist wunderschön zusammengefasst eigentlich auch, dass man das der Schwangerschaft zuordnet, weil eine Schwangerschaft keine Erkrankung ist, aber trotzdem mit einem Leiden einhergeht und deswegen einfach Maßnahmen und Gelder aus unserer Krankenkasse benötigt. Und das fasst eigentlich das Ganze ganz gut zusammen. Wir bewegen uns bei der Dysphorie nicht in einem Krankheitszustand, sondern, du hast es schon schön beschrieben, es ist ein Leiden und deswegen benötigen wir auch Leistungen aus der Krankenkasse und deswegen sind diese Leistungen auch gerechtfertigt. Ich glaube, das ist so, das ist wunderschön zusammengefasst und auch festgelegt in der ICD. Wenn wir schon bei Vorurteilen sind, was man immer wieder hört, gerade aus der Community, denen die Regenbogenflaggen schon zu viel sind, ist, dass Transsein aktuell ein Trend ist und dass damit einhergeht, dass es gefährlich ist. Wir lesen immer wieder, dass die Suizidrate deutlich erhöht ist in diesen Fällen. Wo dran liegt das? Woher kommt dieses Vorurteil? Ja, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen auch versucht, da rein zu versetzen oder so ein bisschen vorzustellen, was super, super schwer ist, glaube ich. Also es ist super, super schwer, sich das vorzustellen. Es gibt manchmal so diesen Versuch oder so ein bisschen so diese Situation zu schildern, dass man sagt, okay, stell dir mal vor, du wachst morgen auf in einem anderen Körper. Du hast, du fühlst dich so, wie du bist, aber du hast plötzlich irgendwie da unten was hängen oder du hast irgendwie keine Brüste oder du wirst irgendwie behaart. Und dann denkst du vielleicht am ersten Tag, denkst du dir vielleicht, ah ja, irgendwie, aber eigentlich ganz witzig und das schlingert hier so rum und so weiter. Aber irgendwie, je länger du merkst, das passt nicht, das bin nicht ich, desto eher wirst du vielleicht auch darunter irgendwie leiden. Und das ist genau das, was bei diesen Personen passiert ist, nur halt quasi schon mehr oder weniger von Geburt an, dass sie irgendwie festgestellt haben oder früher oder später festgestellt haben, nee, irgendwie passt das nicht so. Schön für andere, ich habe jetzt nichts dagegen, wenn Leute irgendwie Penisse haben oder so, aber irgendwie für mich passt das einfach nicht. Und das ist sehr, sehr tricky, weil du, auch wenn du das äußerst oder wenn du das Frühjahr zumindest irgendwie geäußert hast und dann die Gesellschaft da sehr restriktiv darauf reagiert und dir sagt, ja, das ist so eine Phase und dann hier, aber du bist doch hier Mann und guck doch mal, wie, oder du bist eine Frau, zieh dir irgendwie ein schönes Kleid an. Und was dir damit im Prinzip so psychologisch vermittelt wird, ist, du kannst dein Gefühl nicht trauen. Das, was du fühlst, ist falsch. Du hast das zwar vielleicht, aber das ist, das ist falsch, das ist Spinnerei, das ist Quatsch so. Und das ist halt sehr, sehr gefährlich, nicht nur bei Trans, das ist generell eine Sache, die wir als Psychologen versuchen eigentlich eher entgegenzusetzen und entgegen eine andere Richtung zu gehen, nämlich zu sagen, hey, du musst auf deine Bedürfnisse hören, du musst hören und verstehen, was du brauchst. Und genau so ist es eben auch bei Transpersonen, dass wir sagen, okay, hey, du hast diese Gefühle, unabhängig davon, was du damit vorhast, so ne, in welche Richtung du gehst, welche OP's du hast, du musst irgendwie einen Umgang, du musst dich mit diesen Gefühlen auseinandersetzen, du musst einen Umgang damit finden. Und das ist halt was, was lange Zeit unterdrückt wurde und das ist halt ein Stressor, so ne, also dieses Empfinden zu haben, irgendwas passt hier nicht und damit aufzuwachsen, so irgendwie immer dieses Gefühl zu haben, ich bin so ein bisschen anders und irgendwie ist alles nicht so richtig, richtig oder mir wird sogar gesagt, dass ich irgendwie schlecht bin oder falsch bin, wie ich bin. Das ist halt ein Stressor und Stressoren sorgen statistisch gesehen einfach dafür, dass Erkrankungen häufiger auftreten. Das kann jetzt einmal der Stressor sein, hier wie, ich habe eine Geschlechtsinkonkurrenz, das kann aber auch sein, ich mache irgendwie traumatische Erfahrungen, ist auch ein Stressor in der Biografie und das führt einfach dazu, dass häufiger psychische Erkrankungen auftreten. Außerdem gibt es aber noch ein paar andere weitere Sachen. Man hat außerdem einen schlechteren Zugang zu protektiven Ressourcen, das heißt, Transpersonen sind systematisch natürlich benachteiligt, noch Jobs zu bekommen, finanzielle Versorgung zu haben und finanzielle Stabilität und Sicherheit ist auch ja ein Thema, was du auch demnächst in den Betroffenen-Stream nochmal aufgreifst. Das ist auch eine, das ist eine protektive Ressource. Wenn wir das haben, ist es super. Das gibt uns sehr viel Sicherheit auch für unsere Psyche. Aber wenn wir das nicht haben, dann ist es sehr, sehr, oder kann das sehr, sehr belastend werden und das kann uns sehr, sehr beeinträchtigen in der Lebensführung. Und das ist natürlich auch was, wo Transpersonen benachteiligt sind, weil sie da eben schlechteren Zugang zu haben. Warum, glaubst du, haben sie schlechteren Zugang? Also es gibt, also hauptsächlich wahrscheinlich wegen Vorurteilen, also es gibt verschiedene Stages mehr oder weniger, wo sie geblockt werden, glaube ich. Ich glaube, im universitären Kontext ist das nicht so das Problem. Da hast du, glaube ich, teilweise auch ganz gut Möglichkeiten, irgendwie reinzukommen, zumindest ins Studium. Problematisch wird es dann, wenn es quasi Personen gibt, die entscheiden, ob du einen Job kriegst oder nicht. Wenn du quasi dich irgendwo anstellen lassen möchtest, eine Arbeitsstelle suchst, dann gibt es halt eine Person mit gleichen Qualifikationen oder so, die, keine Ahnung, normal ist, in Anführungszeichen, oder wo du weißt, okay, das ist eine Person, die, kenne ich so auch, mit der bin ich vertraut, oder so, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass die Person die Stelle kriegt, als eine Person, die irgendwie anders ist. Ja. Und das sehen wir ja auch auf vielerlei Hilfe, auf vielerlei Hinsicht, sodass Personen, die anders sind, sei es jetzt irgendwie aufgrund von Hautfarbe, Orientierung, also sexuelle Orientierung oder eben die Schlechtsidentität, dass die systematisch ein bisschen schwieriger, schwierigere Zeit haben, irgendwie in den Job zu finden. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch Minority Stress. Das heißt, wenn du eine, also es gibt dieses psychologische Phänomen, wenn du einer Minderheit angehörst, dann hast du tendenziell ein etwas stressigeres Leben, was ich natürlich, was ich natürlich so ein bisschen auch in diesen Situationen, die ich eben gerade geschildert habe, äußert. Man hat irgendwie schlechtere Gesundheitsversorgung teilweise hat, schlechtere Jobschancen hat und so weiter und so fort. Aber eben auch so allein dieses Leben, hey, ich bin hier, ich bin hier in der Minderheit, ich bin hier nicht so wie die meisten ist quasi dieses, dieses Phänomen von Minority Stress und damit einher gehen meistens irgendeine Form von Diskriminierungserfahrung, weil Minoritäten, ich würde vermuten, fast jede Minorität, die irgendwie sichtbar oder erkennbar ist, hat schon Diskriminierungserfahrung gemacht, einmal in ihrem Leben, wenn sie irgendwie, was weiß ich, wenn du 20 bis 25 oder so wen fragst, hat bestimmt schon jeder mal irgendwie eine Diskriminierungserfahrung gemacht. Und es ist mittlerweile, es gibt Studien, die zeigen, Transpersonen sind zwei bis fünf Mal so häufig davon, von sexuellen oder anderen Gewaltangriffen Opfern. Das heißt, sie sind eine Minorität, die extrem häufig Anfeindungen, die extrem häufig Angriffen, körperlichen Angriffen teilweise auch ausgesetzt sind und die schutzbedürftig sind. Und das ist halt, das ist halt eine Sache, die man natürlich, wenn ich, das sind halt einfach systematische Faktoren, die dazu führen, dass ich, also statistisch gesehen wahrscheinlicher psychische Erkrankungen entwickle. Nun hat man aber gesehen, okay, es gibt aber, also das ist von Individualfall zu Individualfall natürlich anders. Es gibt natürlich immer Personen, die gewisse Ressourcen haben, die vielleicht gut behütet aufwachsen, wo die irgendwie sehr viel Verständnis irgendwie vonbekommen. Und die Personen, da hat man gesehen, ah ja, denen geht es besser. Es ist gar nicht so wahrscheinlich, dass Leuten, denen es eigentlich ganz gut geht, die produktive Ressourcen haben, dass die erkranken. Das ist unwahrscheinlicher. Und das hat man eben auch festgestellt bei, man nennt es Gender Affirming Therapy. Das heißt, bei Verfahren, die Transpersonen darin unterstützen, ihren Weg zu finden. Und genau das ist es. Wir drängen die nicht in eine Richtung als Psychologen, sondern wir helfen einfach nur Personen dabei, ihren Weg zu finden. Dass das dazu führt, dass die psychischen Erkrankungen und das Auftreten von psychischen Erkrankungen rapide nach unten sinkt, dass es teilweise sogar vergleichbar ist mit der ganz normalen Standardpopulation, mit dem Durchschnittsjugendlichen oder Erwachsenen auch, nicht ganz so krass. Also es kommt nicht ganz ran, weil eben immer noch Sachen wie Minority Stress und so weiter vorliegen. Aber auch diese Haltung oder diese Herangehensweise, Leute in ihrem Weg zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass sie quasi respektiert werden als Menschen und dass ihre Gefühle respektiert werden, sorgt dafür, dass sie weniger häufig krank werden. Das klingt auch sehr logisch, to yourness. Also es ist ja alles, ich muss dazu sagen, ich werde euch die ganzen Studien, die ganzen Quellen, die Jolina mir mitgeschickt hat, die packe ich euch alle in die Videobeschreibung auf YouTube. Da könnt ihr alles nachlesen. Aber es klingt ja so schon logisch, dass wenn ich jemanden darin bestärke, seinen Weg zu finden, wie du so schön sagst, sich selbst zu finden, auch akzeptiert zu werden in der Gesellschaft, dass daraus weniger, Stress entsteht, ergo auch weniger Erkrankungen oder psychische Erkrankungen. Das heißt, die Krankenkasse, die zum Beispiel in eine Transition investiert über zum Beispiel Hormontherapie oder geschlechtsangleichende Maßnahmen, investiert ja eigentlich in den Beitragzahler, sodass sie zukünftig eigentlich weniger zahlen muss, eben weil weniger psychische Erkrankungen oder andere Erkrankungen auftreten. In der Theorie. Auf jeden Fall. Also es gibt auch Studien, die zeigen, so jeder Euro, den du quasi in Gesundheitsversorgung und in die Entwicklung von gesellschaftlich, psychisch gesunden Zuständen steckst, kommt in Fünffachen wieder raus. So, das ist langfristig gesehen, macht es einfach nur Sinn, ins Gesundheitssystem zu investieren, weil es sich langfristig mehr lohnt. Das Problem ist, dass nicht alle Leute langfristig, sondern kurzfristig. Und die sehen erstmal nur die Kosten und sagen, ah, die wollen mehr Geld und noch mehr Investitionen. Das macht doch dieses, die Bilanz dieses Jahr macht es doch total zur Nichte. Da kommen wir doch nicht auf die schwarzen Zahlen. Ja, das ist eine Investition. Aber es ist halt, langfristig würde es das zeigen und da würde es die Einkommen oder das Bruttoinlandsprodukt würde es steigern. Und das ist halt, was die Wissenschaft immer wieder auch gezeigt hat, aber was in der Politik noch nicht so angekommen ist. Aber da gibt es ja einige Themen, die ja die Wissenschaft schon gezeigt hat und in der Politik nicht so angekommen sind. Ja, definitiv so. Da brauchen wir, ich glaube, da braucht es immer noch ein paar Jahre und vor allem ist ja auch, also wir müssen erstmal rauskommen, dass wir Trans als Trendbewegung sehen und das mehr verinnerlichen. Und das hatten wir, ich meine, die Geschichte schreibt sich da eigentlich nur weiter. Wir hatten das genauso mit homosexuellen Menschen, wo wir quasi angenommen haben und sich die Communities gebildet haben. Und aktuell ist für viele Menschen neu, dass es die Trans-Community gibt. So traurig das klingt so. Und ich glaube, wir brauchen einfach mehr Aufklärung, mehr Studienlagen zu und mehr Überzeugungen und irgendwann wird es hoffentlich normal sein, dass wir geschlechtsangleichende Maßnahmen selbstverständlich von der Krankenkasse bezahlt bekommen. So, da müssen wir hinkommen. Wir reden über Vorurteile. Du hast ein nächstes Vorurteil aufgeführt, nämlich, dass Männer nur verkleidete Frauen sind. Ja. Geschlechts- und geschlechtsabhängige Merkmale. Das ist ein Punkt, der sehr, ich sage mal, was heißt schwierig, aber erst viel diskutiert, weil wir berühren damit so die Grundfesten von manchen Überzeugungen, die quasi vorherrschen. Also viele Leute haben halt ein sehr einfaches Bild davon, wie die Welt aufgebaut ist. Das heißt, es gibt irgendwie gewisse Kategorien und wir als Menschen haben auch die Tendenz, Kategorien mit Vorliebe zu nehmen, weil dann haben wir Ordnung. Das ist einfacher. Ein einfacher. Ein menschliches Grundbedürfnis ist Kontrolle und Orientierung. Und es verschafft unglaublich viel Orientierung, wenn ich weiß, es gibt Männer, es gibt Frauen. Zwei Dinge. Ich bin eins von beiden, so, passt. Wäre super einfach. Das Problem ist, Natur und Realität ist ultra komplex. Es wäre auch einfacher, wenn wir einfach irgendwie eine Scheibe wären und über uns würde irgendeine Kuppel sein und irgendein wachender Gott würde dafür sorgen, dass alles super wird. Klar, wäre super viel einfacher. Ist aber nicht die Realität. Und das ist es eben auch beim Thema Geschlecht. Also wer sagt, es gibt nur zwei Geschlechter, der hat schon, also das ist schon so viel, so viel falsch. Es gibt zumindest ja schon Personen, die auch irgendwie verschiedene Geschlechtsmerkmale haben oder unterschiedliche Geschlechtsmerkmale, die sich widersprechen, in Anführungszeichen, wo wir sagen würden, okay, das passt jetzt nicht zu der einen Kategorie und nicht zu der anderen. Mit denen ich auf die Welt gekommen bin. Mit denen ich auf die Welt gekommen bin. Das heißt, bei vielen ist irgendwie so diese Sichtweise von Geschlecht ist so ein bisschen abhängig von äußeren Geschlechtsmerkmalen und genetischen Geschlechtsmerkmalen. Aber das ist halt mega reductionistisch, weil Geschlecht sehr, 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 sehr viel komplexer ist. Also selbst Personen, die sich nicht als trans identifizieren, hadern ja auch teilweise irgendwie mit ihrer Geschlechtsidentität und finden irgendwie so eigene Wege für sich, Geschlechtsleben. Ihr habt bestimmt, oder viele kennen irgendwie, nicht alle Frauen, die ihr kennt, sind halt irgendwie Barbies, und nicht alle Kerle sind so super machos Bodybuilder. Sondern jeder findet für sich irgendwie so einen Weg, seine Geschlechtsidentität zu leben und für sich so irgendwie wohl zu fühlen. Und irgendwie klar, mir ist zum Beispiel so, ich will schon irgendwie auch feminin sein, aber ich mag es auch total irgendwie, wie Kraft zu haben und so. Und das muss nicht im Widerspruch stehen. Das ist einfach so, so wie ich meine Identität zusammenbaue. Und das ist im ersten Moment ist es auch überhaupt nichts Schlechtes. Und auch im zweiten Moment nicht. Aber viele Personen, für die ist halt irgendwie dieses Aufbrechen von Grenzen sorgt für Chaos. Sie verlieren so ein bisschen die Orientierung. Mir fällt dazu, wenn ich da kurz einhaken darf, auch eine Erfahrung von letzter Woche ein, wo geschrieben wurde, der Gutachter oder die Gutachterin, es war eine Frau hat mich gefragt, warum ich denn dann jetzt nicht in Frauenklamotten kommen würde und wie oft ich mich denn schminken wollen würde. Also wir haben sogar in den Fachpersonen, die GutachterInnen sind und maßgeblich im Prozess von Transmenschen vorkommen müssen, vorgegebenermaßen, haben wir Menschen drin, die genau in diesen Stereotypen denken, die dies sogar zur Einordnung brauchen und die die ganz unumwogen auch so offen nachfragen und fordern. Ja, das ist halt so ein bisschen so das Problem, die Sache ist ja die, also Gutachtenprozesse sind eigentlich hochstandardisierte Verfahren. Also wenn man Gutachtenprozesse zum Beispiel bei der Sorgerechtspflicht oder Verteilung oder also im gerichtlichen Verfahren, das ist hochstandardisiert, da gibt es ganz, ganz, ganz wenig Spielraum. Und es ist so ein bisschen seltsam, dass man eigentlich in diesem Transbereich, dass da nicht die gleichen Standards of Care, sage ich jetzt mal, herrschen. Aber die Standards, die mal etabliert worden sind für so eine Begutachtung, sind halt einfach ultra alt. Die sind halt einfach von vor, was weiß ich, 20, 30 Jahren und auch die Fragebögen, die ja vielleicht teilweise entwickelt wurden, die halt noch von falschen Tatsachen ausgingen. Und das war halt für viele irgendwie nicht so ein Anliegen zu sagen, ja, wir updaten das jetzt, das funktioniert ja irgendwie so, mach mal einfach so weiter. Und es ist erst jetzt, dass man so einen Blick darauf wirft und merkt so, ja, nee, eigentlich gut ist es, ist es nicht wirklich. Das ist nicht wirklich gut. Genau. Und das ist halt, das ist halt was, wo wir auch so ein bisschen einfach updaten müssen, wo viel zu lange einfach nicht geupdatet wurde, was ist denn der aktuelle wissenschaftliche Standard, sondern wo einfach irgendwie so gemacht wurde, weil es irgendwie funktioniert hat. Genau. Aber da ist man ja Gott sei Dank mittlerweile sehr eindeutig und sehr, sehr klar, was das irgendwie auch angeht. Und ähnlich ist es auch so ein bisschen bei dem Thema Geschlechtsidentität. Du hattest es ja irgendwie schon angeschnitten mit Männern und Frauen und irgendwie komplett, komplett unterschiedlich. Und ich hatte schon gesagt, ja, okay, das, was wir irgendwie zwischen den Beinen haben und das, was wir in unseren Genen haben, das sind zwei Geschlechtsmerkmale, aber es gibt noch mehr. Und wenn jetzt sagen, ja, okay, das ist irgendwie jetzt hier Gendertheorie oder sonst was, nee, das hat damit nichts zu tun. Es ist in den Grundlagen der Sexualmedizin, es ist ein Lehrbuch. Das ist ein medizinischer Standard. So, da steht, ich zitiere mal, ich lese mal vor, die Annahme von der Geschlechtsvergehörigkeit als einem monolithischen Topos ist falsch. Schon auf somatischer Ebene, also auf körperlicher Ebene lassen sich ein chromosomales, ein gonadales, ein endokrines, ein gonoduktales, ein genitales als auch ein cerebrales Geschlecht unterscheiden. Das heißt, allein, allein auf körperlicher Ebene gibt es sechs verschiedene Geschlechtsmerkmale. Und dass das für viele zu viel ist, verstehe ich. Es ist so, was gibt es denn da alles? Aber das ist halt, es ist halt, es gibt halt viele verschiedene Merkmale, die bei den allermeisten Leuten, in allermeisten Leuten sind die vollkommen in line und alles passt gut zusammen. Aber eben nicht bei allen. Und das waren jetzt nur die körperlichen. Betrachtet man dann auch die psychosoziale Entwicklung? Das sind auch ganz kurz nur, also diese sechs, diese sechs Merkmale sind auch Merkmale, die quasi im Hirn abgelesen werden. Also wo finden diese sechs Merkmale statt, damit auch klar ist, dass wir nicht nur von äußerlichen Merkmalen reden? Also genau, wir haben ja einmal so, also somatische Ebene haben wir ja immer das Chromosomale, das heißt, in der Genetik sind wir XX oder XY oder XXXY. Es gibt ja ganz viele Variationen davon. Also davon gibt es schon, es gibt ja diverse genetische Variationen. Die meisten sind XX oder XY, aber es gibt auch Leute, die sind XXY oder, ich bin mir nicht ganz sicher, da bin ich nicht so, bin ich nicht so drin, welche genetischen Variationen es alles gibt, aber es gibt da jeweils welche, die über XX und XY hinausgehen. So. Dann gibt es das Gonadale-Geschlecht. Da muss ich kurz gucken, welches genau das ist. Also es gibt natürlich die inneren und die äußeren Geschlechtsmerkmale. Und ich glaube, die Gonadalen sind die inneren. Ja, das sind die inneren Geschlechtsmerkmale. Also das heißt, bin ich irgendwie mit Gebärmutter geboren, habe ich irgendwie oder habe ich irgendwie einen Hoden oder so. Und es gibt ja auch Frauen, die von einem Gonaductal, also die eine Vagina haben, also von der äußeren Geschlechtsmerkmale, aber innerlich sind die Eyelighter beziehungsweise die, haben sie innerlich Hoden und deswegen führt es teilweise zu so Androgenisierungserscheinungen in der Pubertät und so. Das heißt, auch da gibt es teilweise bei Leuten, die überhaupt nichts mit Trans zu tun haben, auch da gibt es teilweise ganz selten kommen so Fälle vor, wo das nicht übereinstimmt. So, das heißt, es gibt einmal äußere Geschlechtsmerkmale, es gibt innere Geschlechtsmerkmale, es gibt die Chromosomen, aber es gibt natürlich auch Endokrinen, das heißt, die Hormonlevel. Auch die Hormonlevel unterscheiden sich von Person zu Person, von Mann zu Frau natürlich auch, aber auch dimensional. Das heißt, nicht alle Frauen haben superhohen Östrogenen und alle Männer haben superhohen Testosteron, sondern das verteilt sich natürlich schon mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in diesen Fällen, aber, also systematisch natürlich, weil man eben entsprechende Organe hat, die die Hormone so produzieren, aber auch das ist irgendwie, kann auch variieren und es kann auch sein, dass eine Frau zum Beispiel, die nicht genug Östrogen produziert oder nicht genug Hormone produziert, dann ein männliches, in Anführungszeichen, Hormonbild hat. Deswegen ist sie ja nicht gleich ein Mann, sondern intensiviert sich ja trotzdem als Frau und vielleicht möchte sie dann irgendwie Hormone nehmen oder vielleicht auch nicht, um das, um irgendwelche Nebenwirkungen davon zu reduzieren. Aber das heißt, schon allein auf körperlicher Ebene, auf körperlicher Ebene gibt es zig Faktoren, die dann eine Rolle spielen, welches Geschlecht quasi folgt. Und jetzt kommen noch andere Sachen hinzu, nämlich die psychosoziale Entwicklung und natürlich auch so ein bisschen so ein Zuweisungs- Erziehungsgeschlecht, so eine Art Gender quasi. Das heißt, in welchem Geschlecht wurde ich eigentlich erzogen? In welchem Geschlecht bin ich aufgewachsen? Wie hat mich die Umwelt mehr oder weniger wahrgenommen? Aber eben auch in Rollen unserem Identifizierungsgeschlecht, nämlich die Geschlechtsidentität. Als was fühle ich mich eigentlich? Und wir haben festgestellt in der Psychologie für das psychische Befinden, für die Gesundheit von Personen ist es nicht so wichtig, was auf körperlicher Ebene da mit den gonadalen Endokrinen, was auch immer passiert, sondern für die Person, für die Gesundheit ist es wichtig, was die Geschlechtsidentität sagt. Was die Person für sich festgestellt hat, wie sie sich empfindet. Das ist relevant für psychische Gesundheit. Und deswegen macht es quasi auch nur Sinn, sich daran zu orientieren, wenn man eben irgendwie sagt, okay, wie geht man mit so Fällen um? Es sind sehr, sehr seltene Fälle, man muss ja trotzdem irgendwie einen Umgang damit finden. Und es macht einfach aus psychologischer Sicht nur Sinn, so damit umzugehen, dass man sagt, okay, Geschlechtsidentität ist das, was am engsten mit dem Wohlbefinden, mit der Gesundheit zusammenhängt, dann orientieren wir uns daran. Und ja, das zeigt ja im Prinzip schon, auch biologisch, so medizinisch ist Geschlecht nicht binär. Es ist nicht binär. So. Für die meisten passt es, aber es ist einfach nicht binär. Für die meisten ist es so. Für die meisten Leute ist es binär. Für, was weiß ich, 95, 99 Prozent ist es binär. Da haut quasi alle Kategorien entweder das eine oder das andere. Aber nicht für alle. Und das ist okay. Dass es auch andere Kategorien gibt, nimmt dir nichts weg von deinem Mann oder Frau sein. Du kannst Mann oder Frau sein, du kannst so binär sein, wie du willst. Ist vollkommen okay. Lass einfach die anderen ihren Kram machen. Schön zusammengefasst. Vor allem, dass wir vorher mal über Zahlen gesprochen haben, dass es sich hier nicht um eine Trendbewegung handelt, dass es sich nicht um Männer in Frauenkleidung handelt und dass wir sehr viel, sehr viel Hass haben von einer Community, die sich bedroht fühlt, von einer Minority, die so, eigentlich so wenig Menschen einschließt, dass diese Angst so unfassbar irrational ist und einfach nur in ein Weltbild nicht reinpasst, wo es eben nicht klare Geschlechtertrennungen gibt, ungeachtet der Biologie, die da hinten dran steht und der Wissenschaft, die da hinten dran steht. Deswegen sehr schön, das einmal auch klar aufgeschlüsselt zu haben, dass wir eben nicht nur Mann und Frau haben, auch biologisch nicht. Und dass es darüber auch einen wissenschaftlichen Konsens einfach gibt. Ich glaube, du tust das total unbewusst, aber man hört und ich habe das auch in den Erzählungen und in dem Dokument schon vorher sehr klar rausgelesen, wie du selbst als Psychologin handelst und wie du selbst vorgehst, nämlich dieses Unterstützende, dieses, dieses, ich begleite dich auf deinem Weg und ich führe dich dahin und ich begleite dich mit und ich gebe dir Möglichkeiten, wie du Strategien entwickelst, sicherlich mit gewissen Dingen umzugehen. Und das hast du auch in deinen Erzählungen gerade immer so ein bisschen einfließen lassen, wo es da eigentlich hingeht, auch in deiner Therapie. Und du hast mir, wir haben jetzt quasi in der Dreiviertelstunde sehr viel über Theorie gesprochen und du hast mir so ein, zwei Erfahrungsberichte und Falldarstellungen aus deiner Praxis mitgegeben, die ich unglaublich impressive fand, weil diese Theorie, man merkt auch an den Kommentaren, da ist es oftmals schwer greifbar. Vielleicht magst du uns, magst du uns Erfahrungsberichte wirklich aus deiner Praxis mitgeben. Du hast mir die schon mal aufgeschrieben. Wenn du willst, darfst du die ablesen. Wenn du willst, darfst du die aber auch so in deinen Worten einfach, einfach wiedergeben, wie du die wahrgenommen hast und deine Anmerkungen dazu. Ja. Okay, ich überlege gerade, ich glaube, ich orientiere mich mal so ein bisschen an dem, was ich runtergeschrieben habe. Weißt du was, wir können es auch so machen, ich lese nur den Fall vor und du gibst deine Anmerkungen wieder. Wollen wir es vielleicht so machen? So machen wir. Weil ich habe es dir ja auch vorlegt. Wir haben, ich glaube, drei Fallbeispiele waren es insgesamt und die erste oder zwei und die erste ist von Jace, 13 und seine Pronomen sind eher ihm. Jace kam wegen Geschlechtsdysphorie in die Praxis, um das Identifikation, nein, Indikationsschreiben. Oh, Indikationsschreiben. Magst du uns kurz noch offenlegen, was das genau ist, damit wir alle mitkommen? Genau. Das Indikationsschreiben ist so ein bisschen der Passierschein 38, nee, 35a oder wie das heißt, in Asterix. Nee, das ist im Prinzip der Passierschein, der sagt, hier von psychologischer Seite aus ist das abgeklärt. Der beste way to go ist, gib dem halt die medizinische Behandlung, die er sich wünscht. Das ist im Prinzip das Indikationsschreiben. Das kann teilweise noch unterteilt sein in hormonelle oder auch chirurgische Maßnahmen, aber eigentlich wird mittlerweile das ein bisschen pauschal ausgestellt und hat gesagt, die Person hat das reflektiert, die Person, das ist irgendwie ein stabiles Merkmal, es ist nicht auf was anderes zurückzuführen. Ab dafür. Das ist quasi auch wie ein Gutachten darüber, dass die Person weitere Behandlungen bekommt und auch bezahlt bekommt von der Krankheit. Jace kam wegen Geschlechtsdysphorie in die Praxis, um das Indikationsschreiben für die Hormonbehandlung, hier in dem Fall Testosteron, zu bekommen. Jace lebt bei seiner Mutter, Eltern sind getrennt, Vater wohnt circa 50 Kilometer weit weg. Jace ist seit der Grundschule offen als trans geoutet und hat sich als Junge in der Klasse gut eingefunden. Gelegentlich gäbe es transbezogene Anfeindungen von Mitschülern. Seltener würden ihn auch LehrerInnen mit seinen alten Namen ansprechen. Im Großen und Ganzen ist er aber gut sozial integriert und fühlt sich wohl. Anders sieht es jedoch im Umgang mit der Familie aus. Sein Vater spreche ihn noch immer als Mädchen und mit seinem alten Namen an. Die Mutter vermute, dass er sich das Thema Geschlechtsidentität bei seinem Cousin, welcher ebenfalls trans Junge ist, abgeguckt hat. Dementsprechend blockiere sie auch bei dem Thema Hormonbehandlung. Jace ist darüber zunehmend frustriert und weist erste Anzeichen einer Depression auf. 13 Jahre alt. Deine Anmerkung dazu. Ja, der Fall ist halt interessant, weil bei Jace war es so, du hast den Jungen im Gespräch gehabt und du wärst halt auch nie auf die Idee gekommen, dass das überhaupt, also, oder, der hat sich so gut eingelebt in seiner Rolle. Man merkte das so richtig, der fühlt sich auch wohl, der hatte halt auch dann irgendwie kurze Haare so gegelt und hat, gut, das kann man machen, wie man möchte. Das sind jetzt keine, kann auch lange Haare haben, wenn man sich jetzt als trans-manifiziert. Es gibt auch wunderschöne Männer mit langen Haaren. Darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Aber man hat irgendwie so gemerkt, okay, der hat sich irgendwie, der hat sich gut eingefunden. Der fühlt sich irgendwie wohl, der hat sich so ein bisschen, der konnte sich auch, was das Äußere angeht, so ein bisschen verwirklichen. Der hat so das gemacht, der wurde nicht gezwungen, irgendwelche Kleider zu tragen, obwohl er es nicht wollte, sondern der konnte irgendwie das machen, was er wollte. Der hat sich einfach wohlgefühlt. So, und das hat auch dazu geführt, dass es ihm eigentlich eine ganze Zeit lang ganz gut ging, obwohl er quasi dann immer noch quasi in der Perspektive hatte, hey, es gibt noch die ein oder anderen Sachen, die mich noch stören, wo ich irgendwie diese Geschlechtsinkongruenz verspüre. Und schwierig wurde es dann so ein bisschen, als es im Umgang mit den Eltern ist, weil das ist, das ist, glaube ich, bei, gerade bei Kindern, jugendlichen Transpatienten, das, wo es am meisten Reibungspunkte gibt, wo es immer am schwierigsten ist. Weil die haben natürlich eine gewisse Erziehungspflicht, mehr oder weniger, beziehungsweise haben die eine Sorgerechtspflicht. Und sie können noch bis zu einem gewissen Maß auch entscheiden, was passiert und was nicht passiert. Gerade was so medizinische Sachen angeht. Und die Mutter war sehr dagegen mit den Hormonen, weil sie dachte, ja, da hat sie sich das noch angeguckt, das ist nur eine Phase. Ich muss zu dem Zeitpunkt sagen, seit der Grundschule, der ist jetzt 13. Das ist seit sechs, sieben Jahren. That's not a face. So, und das ist halt auch so das Thema, wenn dir Kinder, also wo das so super klar wird, wenn dir Kinder sagen, mit drei oder vier, ich würde gerne irgendwie ein anderes Geschlecht, also ich fühle mich irgendwie mit dem Geschlecht nicht ruhig, ich wäre irgendwie gerne ein Mädchen. Dann sind die nicht irgendwie influenced von irgendwas. So, dann kommt das aus denen heraus. Und ja, vielleicht, vielleicht haben das irgendwie viele Kinder mal, vielleicht setzen sie sich so ein bisschen, gehört auch dazu, sich so ein bisschen mit seiner Geschlechtsidentität auseinanderzusetzen und da auch so ein bisschen hinterfragen, so zu gucken, ach ja, vielleicht passt das auch nicht. Und vielleicht bei den meisten, die kommen dann zu dem Punkt, ach nee, doch, eigentlich fühle ich mich irgendwie vielleicht ganz wohl. Das ist bei den meisten so. Ja. Aber manche merken, nee, irgendwie das passt nicht. Und wenn die das sagen, seit sie drei, vier sind und sie sagen das nicht nur mal eben so, weil sie es gerade ausprobieren, sondern die sagen das über Jahre hinweg, dann hat das, also das ist auch das, wo wir in der Psychologie sagen, das hat einen Beständigkeitsfaktor. Das ist überdauernd, das ist zeitlich überdauernd, das ist etwas, was nicht irgendwie Influenced wurde oder was auch ist. Oder irgendwie eine Idee oder abgeguckt oder sonst was ist, sondern das kommt aus der Person heraus. Das ist, es liegt in der Person. Und dann muss man entsprechend auch damit umgehen, damit man eben einen gesunden Verlauf hat. Weil wir sehen ja jetzt gerade, die Mutter blockiert da und ich kann es auch irgendwie so ein bisschen verstehen. Es sind immer noch Kinder und Jugendliche und man möchte natürlich nicht, man hat so ein bisschen Angst vor diesen irreversiblen Sachen, weil also gut ist sie noch mitgegangen, ja macht da halt eine kurze Frisur und zieht sich irgendwie knapp auf andere. Vielleicht wenn er später irgendwie wieder Kleider tragen will, dann geht das ja noch. Das kann einfach lang wachsen lassen und so weiter. Aber bei den Hormonen geht es halt einen Schritt, wo es halt nicht mehr reversibel wird und nur noch schwer reversibel. Und da sind die meisten Eltern dann, wo sie anfangen zu blockieren und sagen, I don't know, bis hierher, ja okay, haben wir noch mitgespielt, aber jetzt weiß ich nicht. Und das ist halt, das ist halt dann für die Kinder auch unglaublich frustrierend, weil sie das Gefühl die ganze Zeit bekommen haben, hey, ich darf mich verwirklichen, ich bin jetzt hier auf dem Weg und plötzlich kriegen sie so einen Block vor die Nase gesetzt, wo sie merken, hey, wie geht es doch, eigentlich war ich doch auf einem guten Weg, ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass ich mein Leben jetzt so leben kann und dann sagen die Eltern, ja nee, aber doch nicht. Und da war dann auch so der Punkt, wo bei ihm halt irgendwie klar war, ja, irgendwie fühle ich so ein bisschen, also dass er frustriert war, dass er deprimiert war, auch weil er eben in diesem familiären Umfeld eben nicht so wahrgenommen wurde, wie er wahrgenommen werden wollte. und ja, das war dann aber auch von psychologischer Seite relativ klar, also das war von psychologischer Seite auch ein klarer Fall. Und der hat halt Geschlechtsinkonkurrenz, der braucht halt irgendwann die Hormontherapie. Die Frage ist halt nur, wann. Die Frage ist, wann, und die beschäftigen auch viele Leute in meinem Chat, und das ist halt so die Frage, weil ich glaube, Hormonbehandlung ist was, womit wir alle was anfangen können, aber sehr wenig in die Tiefe. Also hier haben wir es jetzt mit einem 13-Jährigen zu tun. Was bedeutet es denn für ein Kind, diese Hormontherapie nicht zu bekommen, beziehungsweise ist es denn nicht auch ab 18 quasi noch genug Hormone nehmen zu können? Es ist eine gute und definitiv berechtigte Frage, so zu gucken, ja okay, dann lass doch erstmal irgendwie so gucken, wie es wird mit der Pubertät und so. Das Problem ist, die Pubertät ist eine eigene Hormontherapie. Die Pubertät ist im Prinzip eine Hormontherapie für den Körper und die Frage ist nur, welche Richtung soll sich die Person entwickeln? Es gibt auch tatsächlich fachlich die Haltung, dass man zumindest den Anfang der Pubertät noch abwartet, um zu gucken, ob sich die Geschlechtsinkongruenz verstärkt. Wenn ich Merkmale anfange zu entwickeln, die nicht zu meinem wahrgenommenen Geschlecht passen, wird dann die Inkongruenz stärker. Und turns out surprise, ja, wird sie. Die meisten ist zum Beispiel, also wir reden ja jetzt von einem Transjungen, wenn der Brustentwicklung irgendwie durchmacht oder wenn da irgendwie die Tage anfangen, das ist extremes Dysphorie erleben, so extreme Inkongruenz, weil man merkt, ich hasse das. Ich fühle mich so mit meinem Körper, wenn das passiert. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, es gibt, wurde im Text im Chat auch schon gesagt, Pubertätsblocker. Das heißt, es gibt Hormone, die gegeben werden können, die diese Ausschüttung von diesem Geschlechtsreifeprozess verzögern. Das ist vor allem dann interessant, wenn man, wenn es quasi so rund um die Pubertät irgendwie das erste Mal festgestellt wird und man braucht einfach noch ein bisschen Zeit, um die zeitliche Stabilität, das Merkmal, die zeitliche Stabilität der Kongruenz festzustellen, dann macht das vor allem Sinn, dass man sagt, okay, geben wir dem Ganzen noch ein bisschen Zeit, dass du dir quasi im Klaren bist, was du genau willst und dann kann das Sinn machen. Aber wenn man jemanden hat wie in diesem Fall, der schon seit Kleinkindalter eigentlich sagt, hey, das ist, was ich will, ich lebe in dieser Rolle, ich fühle mich in dieser Rolle wohl, dann ist eigentlich, ist eigentlich relativ klar, dass es auch eine Hormonbehandlung gibt, die ihn in die Richtung führt und die er gehen möchte. Ich glaube, die Quintessenz, die ich so mitnehme, ist der Beständigkeitsfaktor, mit dem man auch, ja, mit dem man was bestimmen kann. Es gibt sehr viele Unsicherheiten, auch bei mir im Chat, wo es darum geht, ja gut, aber was ist, wenn es dann doch nicht das Richtige ist, was ist, wenn ich mit Hormonen was kaputt mache und es wird sich ganz wenig damit beschäftigt, was ist denn, wenn ich es nicht tue, wie viel mache ich denn kaputt, wenn ich es nicht tue, wenn ich nichts gebe und wenn es die Beständigkeit fortdauert und es eben keine Phase ist, wie viel mache ich denn dann eigentlich kaputt so? Also ich verstehe, dass diese Entscheidung auf Seiten der Eltern eine unglaublich schwierige ist und vielleicht magst du uns noch ein bisschen was darüber erzählen, wie deine, deinen Zusammenhang, also wir haben noch einen zweiten Fall gleich, dazu kommen wir gleich noch, aber was mir in dem Fall noch einfällt ist, wie sehen denn die Absprachen von dir als Psychologin mit den Eltern aus? Also kommen die auch in einzelne Therapiesitzungen oder sitzen die auch mal mit dem Kind mit drin? Also wie finden denn diese Absprachen zwischen Eltern und dir statt? Ja, also es war so ein bisschen auch so eine Arbeitsaufteilung. Das war, mein Chef war, also mein Chef war Psychiater und ich war quasi Psychologin als Therapeutin dargestellt. Das heißt, ich habe mich sehr, sehr viel inhaltlich mit dem Jungen auseinandergesetzt und mein Chef war so zuständig für die, für die großen, große Entscheidungen quasi für die Behandlungsrichtung, sage ich jetzt mal. Und, was ich, worauf ich, worauf ich gerade nochmal eingehen wollte, was du auch gerade gesagt hast, was passiert irgendwie eigentlich, wenn, wenn es nicht gegeben wird und das sind tatsächlich sehr verheerende Dinge, weil, wenn frühzeitig nicht die richtigen Hormone gegeben werden und der Körper sich jetzt zum Beispiel bei ihm in Richtung weiblich entwickelt hätte oder feminine Merkmale entwickelt hätte, dann hätten das zur Folge, dass er erstens eine ziemlich furchtbare Zeit gehabt hätte, wahrscheinlich psychische Erkrankungen entwickelt hätte, aber auch, dass mehr chirurgische Maßnahmen fällig geworden wären. Denn, wenn mich, wenn sich erstmal eine Brust entwickelt hat, dann muss man die bei einer Person, die keine Brust haben möchte, dann chirurgisch entfernen. Das hätte man verhindern können. Das ist ein chirurgischer Eingriff, der erstens Geld kostet und zweitens natürlich auch mit gesundheitlichen Risiken einhergeht, den man einfach hätte verhindern können, wenn man der Person geglaubt hätte. Ja. Das ist halt der Punkt und noch heftiger ist es tatsächlich bei Personen, die, bei Transfrauen die quasi als Junge aufgewachsen sind oder wahrgenommen wurden, aber sich eigentlich als, als Frau oder als Mädchen irgendwie fühlen. Wenn da irgendwie die, die Stimmen, der Stimmbruch durch ist, wenn da irgendwie sich, sich das Knochengerüst auch ein bisschen anders entwickelt hat, dann hat die Person es einfach sehr viel schwerer. Ja. auch ihre eigenen, also es geht jetzt gar nicht darum, unbedingt die gesellschaftlichen Standards zu erfüllen, das ist nochmal ein Extrathema, aber auch die eigentlichen, die, die, die eigenen Wünsche an, an den Körper und in, die eigenen Vorstellungen davon zu entwickeln, wenn du das Gefühl hast, du bist hier, bist eigentlich wie soll man sagen, eine zierliche Gestalt, aber hast den Körper von so einem Koloss, also zum Beispiel drastisch, natürlich fühlst du dich dann irgendwie unwohl. Genau, genau so einen Fall hatten wir auch letzte Woche, das war der allerletzte Fall, der mich sehr, mich sehr berührt hat, muss ich sagen, der meinte, ich bin 1,91 und ich habe es aufgegeben, so, es war, war der, der einzige und der letzte Fall, der halt beschrieben hat, ich habe es versucht, aber als, 1,91 Mann werde ich als Mann wahrgenommen werden und wird es immer bleiben und ich werde, ich gebe meine, also der letzte Satz war, ich gebe meine Identifikation hiermit auf, weil ich werde es, werde es niemals schaffen, was man vielleicht auch hätte, gut, das ist jetzt ein spezieller Fall, das ist jetzt natürlich alles Spekulationen, aber was man natürlich auch mit früher Hormontherapie oder generell Therapie wahrscheinlich auch hätte ein bisschen steuern können. Ja, definitiv, also gerade das Thema, Thema Stimme ist natürlich, was für viele irgendwie, Finesse hat es letzte Woche ja auch schon gesagt, das ist halt was, wo man quasi sich immer am Anfang unfreiwillig outet, mehr oder weniger, wodurch man halt immer wieder auffällt, wo dann halt eben auch, gerade bei, wir hatten ja vorhin auch gesprochen über Arbeitsplätze, wo dann bei kundennahen Dienstleistungen, sage ich jetzt mal, wo dann vielleicht auch Arbeitgeber sagen, ja, nee, aber, also natürlich so als, als Vorurteil auch, aber sagen, ja, den Kunden können wir das ja nicht zumuten, eine Frau mit einer tiefen, tiefen Stimme, das geht leider nicht. Und das ist halt, also, je weiter unsere Gesellschaft sich entwickelt und da so eine gewisse Flexibilität, eine gedankliche Flexibilität entwickelt, desto weniger wird das ein Problem, desto weniger psychische Erkrankungen, desto weniger systematische Stressoren wirken auf Transpersonen. Und ich bin halt, ehrlich gesagt, bin ich froh, dass die wissenschaftliche oder die medizinische Welt da so klar ist mittlerweile, dass einfach, einfach klar ist, nein, das ist keine psychische Erkrankung und wir wissen, wie wir am besten damit umgehen. Aber es ist natürlich immer noch eine Sache, wie gesellschaftspolitische Dinge das dann umsetzen. Wir haben noch einen zweiten Fall, zu dem es auch noch einiges zu sagen gibt. Wir reden jetzt sehr viel über Transmann, Transfrau. Natürlich gibt es auch Non-Binary und das ist der zweite Fall. Ich würde ihn wieder vortragen und du sagst wieder deine Anmerkungen. Wir sind immer noch im jugendlichen Alter. Es geht um den Fall Aiden, Non-Binary, 16. Aiden wurde in der Praxis aufgrund seiner Geschlechtsdysphorie vorstellig. Gleichzeitig, er leide aber auch darunter, dass er sehr stark emotional reagiere, wenn er Zurückweisung erfahre. In der Diagnostik und im Gespräch mit den Eltern wurde dann die Diagnose emotional instabile Persönlichkeitsstörungen in Klammern Borderline und Geschlechtsdysphorie festgestellt. Aiden berichtet, dass sein Vater sehr leistungsorientiert sei und ihn oft dazu gedrängt habe, Instrumente zu lernen. Zu Beginn der Pubertät mit 12 bis 13 habe er jedoch genug davon gehabt, Papas liebes Mädchen zu sein und habe angefangen, punkige Klamotten zu tragen, sich viel mit K-Pop zu beschäftigen und zu cosplayen. Zu dieser Zeit habe er sich auch mit seiner Geschlechtsidentität auseinandergesetzt und bemerkt, dass er sich als Non-Binary identifiziert. Er bemerkte aber außerdem, dass er mit der eher androgynen Kleidung seinen Vater verärgern kann und ihm das Thema Geschlechtsdysphorie bewusst unter die Nase reibt, um ihn zu verärgern. Zum Zeitpunkt der Gespräche waren keine angleichenden Operationen geplant, lediglich ein Binder für die Brüste wurde getragen und eine Entfernung des Brustdrüsengewebes sowie Hormoneinnahme angedacht. Ist, glaube ich, ein super, super schönes Beispiel zum Thema Das ist nur eine Phase, der macht das nur, um mich zu verärgern. Ja. Es ist vor allem deswegen so interessant, weil es quasi hier diese Interaktion auch mit dem Borderline, mit der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung eben gab, was halt eben auch mit selbstverletzendem Verhalten und so weiter eingegangen ist. Und man, ich glaube, vor 20 bis 30 Jahren hätte man alles da drauf geschoben. Da hätte man gesagt, ja, die macht das nur, um ihren Vater zu verärgern. So, und heutzutage geht man damit zum Glück anders um und weiß, okay, es gibt natürlich diese Anteile, aber die Geschlechtsdysphorie oder die Geschlechtsinkongruenz sind trotzdem, ist halt trotzdem ein Thema, was davon unabhängig besteht, sage ich jetzt mal. Und das ist halt, das ist halt besonders, besonders wichtig, dass gerade bei Persönlichkeitsstörungen das nochmal so ein bisschen zu differenzieren und zu gucken, was kommt irgendwie woher und was ist irgendwie auch so ein bisschen zwischenmenschliche Strategie, weil Persönlichkeitsstörungen sind dadurch gekennzeichnet, dass zwischenmenschlich gewisse Strategien benutzt werden, um Ergebnisse zu erzielen. Aber für mich ist das, also natürlich muss man so ein bisschen gucken, okay, was kommt woher, aber Geschlechtsinkongruenz ist ein Erleben, das wäre super weird oder super selten, das als Strategie zu verwenden. Das ist einfach, das ist einfach so, hä? Also es gibt so viele, es gibt so viele andere Strategien, die mit so viel weniger Nachteilen daherkommen, als ich, als ich als Non-Binary zu identifizieren und sich diesen ganzen Stressoren auszusetzen, den Minority Stress auszusetzen, den Diskriminierungserfahrung auszusetzen. Das ist einfach, ich glaube, da hätte es andere Strategien gegeben, wenn es nur darum gegangen wäre. Als Behandlung ist es aber auch so ein bisschen so, wenn mir die Person das sagt, dass sie Geschlechtsdysphorie verspürt, dann ist mein erster Impuls erstmal zu sagen, okay, nehme ich erstmal so an. Wir gucken, wir gucken, wie das alles zusammenhängt, wir gucken, wohin sich das führt, aber Grund, also das 1x1 des therapeutischen Daseins ist Vertrauens, also eine Vertrauensbasis aufbauen, eine gute Beziehung aufbauen. Und das funktioniert nur, wenn ich der Person glaube, dass das vorliegt, was sie eben mir erzählt. Und das ist in den meisten, in den allermeisten Fällen so. Du hast da jetzt, okay, Alkoholiker, die lügen dich vielleicht mal an. Oder andere Suchterkrankungen. Da kommt das häufig mal vor. Aber bei Persönlichkeitsstörungen ist es eher so, dass das wirklich auch die Realität der Person widerspiegelt. Die Person nimmt das so wahr. Das ist für die Person so. Und ganz unabhängig davon, bei Geschlechtsinkonkurrenz, wenn mir eine Person das sagt und das immer wieder sagt und das über Zeiten hinweg sagt, dann glaube ich dir das. Weil wer wäre ich zu beurteilen, dass das, wie die Person denkt oder fühlt, falsch ist. wie soll ich das machen? Ich bin ja nicht in ihrem Körper, ich bin ja nicht in ihrer Psyche drin, sondern ich bin eine Person, der das berichtet wird. Und das ist eben auch so ein bisschen so der Fokus, den die Psychotherapie bei so Fällen nimmt, ist zu gucken, okay, wie kann ich der Person helfen, in der freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit und entgegen psychischer Erkrankungen ihren Weg zu finden. Weil das ist eigentlich der Hauptfokus von Therapie und von Psychologie ist, wie bringen wir Leute dazu, so zu funktionieren, wie sie es möchten und gut in die Gesellschaft integriert sind. Wenn das der Wunsch ist, dass es einfach gut funktioniert. Das ist eigentlich ein total pragmatischer Ansatz. Wir sagen, was müssen wir machen, damit es funktioniert. Ja. Es klingt pragmatisch, aber es klingt gleichzeitig einfach schön. Es klingt logisch und sinnig und nach einem schönen Behandlungsstatusquo, den du fährst. Ja. Und ja, das ist halt eben, um überhaupt erstmal dazu gucken zu können und in so eine Reflexion irgendwie kommen zu können. So, was braucht die Person, was will die Person? Dann muss ich mich erstmal auf die Person einlassen. Muss erstmal gucken, okay, wie sieht deren Lebensrealität aus? Was ist ihr Erleben? Was ist ihr Verhalten? Und wenn ich die ganze Zeit dem kritisch gegenüber stehe, dann habe ich da überhaupt gar keinen Zugang zu. Das merkt sich natürlich auch, wenn ich dir die ganze Zeit sage, oh, du erzählst aber nur Quatsch, so, ne, dann hast du irgendwann auch keine Lust mehr, mir irgendwas zu erzählen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, auch als therapeutische Haltung für sich so zu verinnerlichen, zu sagen, ja, ich stehe nicht über die Dinge. Ich bin ja auch nicht der Gatekeeper. So, ich sorge nicht dafür, dass ich entscheide jetzt, ich bin jetzt hier die Richterin, die sagt, du bekommst das oder du bekommst das nicht, sondern ich bin eine Person, die anderen Leuten hilft, sich psychisch gesund zu fühlen, sich wohl zu fühlen und nach Möglichkeit irgendwie sich in die Gesellschaft zu integrieren. Das ist mein Auftrag. Und mein Auftrag ist nicht, Richterin zu sein, sondern ich kann nur die Person so unterstützen, wie sie glaubt, dass sie glücklich wird. Ich kann mein Fachwissen natürlich mit einbringen, kann gucken, okay, hey, hier, das und das gibt es noch zu berücksichtigen. Ich glaube, das wäre gut, wenn wir da nochmal einfach drüber sprechen, dass du das für dich reflektiert bist. Es geht nicht um mich, sondern es geht darum, dass die Person einfach einen Überblick hat über ihre Themen, dass die Person weiß, okay, hey, dies und das könnte vielleicht von einer anderen Ecke kommen, aber es gibt auch Situationen XY, wo das vollkommen losgelöst davon aufgetreten ist, in denen ich mich zum Beispiel mit meinem Brusten unwohl gefühlt habe. Das hatte überhaupt nichts mit meinem Vater zu tun. Das ist was Überdauerndes und das ist was Eigenes. Und einfach so ein bisschen zu gucken, das zu reflektieren und für sich dann eine Entscheidung zu treffen, eine basierte oder eine reflektierte Entscheidung zu treffen, was ist für mich der richtige Weg zu meinem jetzigen Zeitpunkt, was, glaube ich, ist für mich richtig. Darum geht es im Endeffekt. Ist ein schöner Behandlungsethos. Würdest du sagen, dass das dein Behandlungsethos auch in der breiten Masse aktuell ist? Ja, also ich überlege gerade, auf wen das so nicht zutreffen sollte, aber nein, es ist das ist quasi, es ist natürlich irgendwie auch sehr allgemein formuliert, so, aber es ist halt, glaube ich, einfach sehr, sehr grundsätzlich. Wenn eine Person zu mir kommt, mit ganz anderes Thema jetzt, aber wenn eine Person zu mir kommt, ja, sie hat irgendwie ADHS und hat vielleicht irgendwie noch Depressionen und dann sagt sie, ja, ich hätte gerne, ich hätte gerne, ich würde mich gar nicht mehr so deprimiert fühlen und ich würde gerne irgendwie ein bisschen motivierter sein und dann fange ich nicht an, irgendwie deren ADHS zu therapieren, obwohl die das gar nicht wollen. oder da irgendwie Tipps zu geben, wie sie ihren Alltag strukturieren können. Vielleicht wird das, vielleicht wird das eben noch Thema, vielleicht hängt das irgendwie miteinander zusammen. Das gilt es aufzudecken und dann zu gucken, hey, möchtest du da irgendwie was dran haben, möchtest du da Tipps haben, wie gehen wir, wie gehen wir da miteinander oder wie gehen wir da damit um, dass es vielleicht zusammenhängt. Aber ich bin da eher so ein bisschen so ein, wie ich das auch schon im Dokument geschrieben habe, ich bin halt keine Gatekeeperin, sondern ich bin wie so ein erfahrener Reiseführer, sage ich jetzt mal. Ja. Also, dass ich sage, okay, hey, ich habe da zu dem Thema, ich habe zu Gebirgsbesteigung, habe ich ein bisschen Ahnung. Das ist jetzt ein Berg, den besteigen wir zusammen zum ersten Mal. Aber grundsätzlich habe ich ein bisschen Ahnung. Lass mal zusammen gucken gehen, was wir da finden. Ich frage deswegen so kritisch nach, weil wir aus diesen, ja, aus der Queeren Community, wo wir hier halt wirklich eine Vielzahl an Berichten haben, immer wieder hören, es gibt das Queer Lexikon und da haben wir eine Seite, wo ihr ÄrztInnen und PsychologInnen eintragen könnt, wo ihr euch hinwenden könnt, weil die Erfahrungen einfach so unglaublich schlecht sind. Weil das, was du beschreibst, jetzt eher nach einer Ausnahme klingt, obwohl es gängig sein sollte, diese unterstützende Therapie, übrigens auch in der Erziehung, eine unterstützende Erziehung sein sollte. Man aber immer wieder hört, dass man schlechte Erfahrungen bei GutachterInnen macht, dass man schlechte Erfahrungen bei PsychologInnen macht, die aktiv gegen einen arbeiten, wo man Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen macht und wir mittlerweile in Deutschland eine Karte haben, wo PsychologInnen eingetragen werden, wo man gute Erfahrungen gemacht hat. Das klingt schon immer sehr, sehr deprimierend tatsächlich. Ja, das ist sehr nachvollziehbar. Das Problem ist, dass Geschlechtsinkonkurrenz lange Zeit, weil es eben so eigentlich so ein seltenes Thema ist, auch wenn es media gerade präsent ist, war nicht so, es war halt immer so eine Randkategorie, die vielleicht nicht so ausführlich irgendwie behandelt wurde. Und man muss dazu sagen, macht halt diese Ausbildung, macht man nach seinem Studium bei den wiedergelassenen Therapeuten, die 50 sind oder so, das war vor 20, 30 Jahren, da haben die halt, wenn sie überhaupt das Thema mitbekommen haben, haben die sehr veraltete Standards gelehrt bekommen. Das ist jetzt, wenn du jetzt zu einer Therapeutin gehst, die vielleicht, weiß ich nicht, vor zwei, drei Jahren ihre Approbation gemacht hat oder so, dann hat sie einen ganz anderen Wissensstand. Das ist mittlerweile in den Ausbildungsinstituten, ist das ein fester Bestandteil, das über dieses, über das Thema aufgeklärt wird und was da der beste Umgang mit ist. Und ich weiß noch ganz genau, als ich das Thema auch in der Ausbildung hatte, dass die Dozentin, die da war, die war vom UKE, da gibt es auch so einen Schwerpunktbereich, wie wunderbar empathisch und wie wunderbar selbstverständlich sie das Thema irgendwie auch angegangen ist. Und da ist es, das wünsche ich mir einfach noch viel mehr. Wenn, glaube ich, alle Leute, die jetzt irgendwo niedergelassene Gutachter sind, sie zum Beispiel so gehabt hätten, einfach in ihrer Ausbildung, die sagen, hey, so ist es nicht. Es ist einfach ein Empfinden, was unterstützt werden muss, wo es irgendwie, ja, wo man drauf gucken muss, dann würde die Welt jetzt, die medizinische Welt zumindest, ganz anders aussehen. Da fehlt so ein bisschen der aktuelle medizinische Stand, ich habe ganz ursprünglich auch eine therapeutische Ausbildung und bei uns war es normal, im Jahr zig Fortbildungen zu machen, um sich einfach abzudaten und es hieß damals so, im Laufe von fünf bis zehn Jahren ändert sich die Medizin einfach immer wieder so sehr und wir sind auf anderen Entwicklungs- und Wissensstandards, dass man einfach sein Leben lang diese Fortbildung machen muss, um eine gute Therapeutin zu sein, aber ist natürlich nicht der Standard. Ich kann auch in meinem Bereich Physiotherapeutin über 40 Jahre sein und mich nie weiterentwickeln, dann habe ich aber natürlich irgendwann nicht mehr den Wissensstand, der aktuell ist. Von daher hofft man da entweder auf Psychologe oder Psychotherapeuten, die sich dauerhaft fortbilden oder darauf, dass die Generation halt einfach ausstirbt und der Wissensstand sich quasi einmal rundum erneuert, um das Böse zu sagen. Also es ist, also um es noch kurz hinzuzufügen, es gibt ja eine Weiterbildungspflicht, sobald man die Approbation hat, aber man kann sich natürlich aussuchen, in welchem Bereich man sich fortbildet und ich sage jetzt mal, es muss sich halt schon, glaube ich, ein spezifisches Interesse daran haben, um das zu wählen. Viele gehen dann halt, es gibt halt super viele Fortbildungsmöglichkeiten und nicht alle machen das jetzt in Richtung Transen halt. Ja, oder arbeiten aktiv dagegen, das werden sehr, sehr, sehr wenige sein, aber die gibt es halt leider trotzdem auch noch. Ich habe noch eine Frage tatsächlich. Wir reden immer wieder von Gutachtern und Gutachterinnen, die quasi auch die, kann das quasi jeder Psychologe oder Psychotherapeut ausstellen oder ist das auch nochmal irgendwas zusätzlich, was man, in dem man sich ausbilden lassen muss? Also grundsätzlich ist man als Psychologin, hat man die Zulassung, glaube ich, zu Gutachten. Das ist auch Teil quasi unserer Ausbildung. Ich hatte im Master ein ganzes Seminar dazu, wo wir uns nur mit Gutachten, das war ziemlich ätzend, weiß ich zu sein. Aber ja, eigentlich darf man als Psychologin Gutachten ausstehen. Das Problem ist aber, du hast die Gutachten, die erstellt wurden, die gehen an die Gerichte. Und es galt lange auch der Standard, dass die Therapeuten eben gewissermaßen Erfahrung auch mit dem Klientel, mit dem Einschätzen, mit dem Einschätzen dieser Thematik haben. Und das ist auch irgendwie in den Gutachtenstandards, die eigentlich für alle Gutachten gelten, ist, dass ein gewisses Fachwissen irgendwie vorliegt, aus, was weiß ich, mehrjähriger Arbeit oder sonst was damit. Und das ist auch so, so, dass wenn Gerichte ein Gutachten, die könnten ja das Gutachten auch ablehnen, wenn du, zumindest in der Vergangenheit, so bevor hoffentlich das Selbstbestimmungsgesetz kommt, aber ein Gutachten, also Gerichte könnten auch sagen, ja, keine Ahnung, die Gutachter kennen wir nicht. Geh doch zu unserem Horst Günther hier, der hier, der das schon seit 20 Jahren macht. Lass dich mal von dem begutachten, dann passt das. Das heißt, man muss sich auch erst mal in dem Bereich und in den Kontakt mit den Gerichten als Gutachterin für diesen Bereich etablieren und eben eine gewisse Erfahrung oder eine einschlägige Erfahrung damit verzeichnen können. Das geht am einfachsten, wenn man zum Beispiel als Psychologin, wenn ich Gutachterin in dem Bereich werden wollen würde, was aber ja eigentlich nicht mehr relevant ist, also dann würde ich halt in eine Klinik gehen, die sich darauf spezialisiert hat, wie zum Beispiel die UKE. würde da zwei, drei Jahre arbeiten, dann könnte ich irgendwann eine eigene Praxis aufmachen, wo ich dann die Gutachten mache. Okay. Das heißt, ich kann es mir auch nicht unbedingt immer so aussuchen, sondern kriege meistens auch einfach empfohlen. Und ja, okay. Ich finde das Thema unglaublich spannend, vor allem mal so nochmal einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Ich finde deine Arbeit sehr beeindruckend und finde auch die Herangehensweise sehr beeindruckend. Also dieses Unterstützende und dieses Miteinander und nicht Gegeneinander, was man ganz, ganz oft hört. Ich sitze natürlich jetzt auch auf einer Seite, wo ich sehr, sehr viele negative Erfahrungen immer wieder bekomme, weil ich genau nach denen frage, um natürlich Aufklärung zu betreiben und eine Sensibilität zu schaffen. Es ist schön, so ein bisschen einen anderen Blickwinkel mal zu sehen von der Person, die sagt, nee, ich höre zu und ich glaube, im ersten Schritt glaube ich. Das ist ein ganz, ganz toller Ansatz, der, wie du schon sagst, eigentlich gängig sein sollte. Vielen Dank, Julina. Von meiner Seite ist es das tatsächlich. Gibt es irgendwas, was du nach außen senden willst? Gibt es irgendwelche Abschlussworte, die du gerne mitteilen würdest an Beteiligte oder Nicht-Beteiligte? Ja, ich glaube, was mir am wichtigsten ist, rauszugeben, ist, wir leben gerade in Zeiten, in denen sich viel wandelt, in denen es viel Unsicherheit gibt und viele Leute suchen nach einfacher Ordnung, suchen nach Kontrolle, suchen nach Verstehen und das ist okay. Es ist okay, nach Einfachheit, nach Kontrolle, nach Orientierung zu suchen, aber macht es nicht zu Lasten von irgendwelchen Minderheiten. Feindbilder sind nicht die Lösung für eure Unsicherheit, auch wenn es sich vielleicht manchmal im ersten Moment erstmal so anfühlt, so, ich weiß, die sind böse, da muss ich jetzt gegen hetzen, das ist irgendwie schlecht, dann hat man einen Feindbilder, hat man ein Ziel, aber im Endeffekt ist das, man bekommt das ja auch mit irgendwie bei diesen ganzen Thematiken rund um Trans, wie viel Angst geschürt wird. Das heißt, es macht eigentlich gar keine Kontrolle, es gibt gar keine Sicherheit, es gibt gar keine Orientierung. Wenn ihr euch in diese Kreise bewegt, seid ihr wahrscheinlich sehr viel ängstlichere Menschen, als ihr reingegangen seid. Die Natur und die Welt ist vielfältig, die ist divers und das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Das ist das eigentlich, was ich mitgeben will, nur weil es da draußen irgendwie auch neben Äpfel und Birnen auch noch Kakis und Drachenfrucht gibt, heißt das nicht, dass ihr keine Äpfel genießen könnt. Bleibt bei euren Äpfeln, ist okay, ist okay. Lass die Drachenfrucht da existieren. Das ist, glaube ich, alles, was ich irgendwie mitgeben möchte. Das klingt wundervoll. Ich glaube, ich glaube, das fasst alles wundervoll zusammen, vor allem nochmal ein Appell an die queerfeindlichen Menschen da draußen, die das vielleicht gar nicht sein wollen. Da muss keiner von uns sein. Jolina, ich danke dir. Das war wirklich wundervoll. Ich würde dich wirklich, gerade weil du jetzt auch in einen anderen Bereich nochmal reingehst, ich würde dich super gerne zukünftig nochmal vielleicht zu anderen Themen einladen, weil ich, also das war schon sehr beeindruckend, aber ich glaube, du hast einen Einblick nochmal, also gerade in diese Influencer-Welt, finde ich auch wirklich sehr, sehr spannend, wo du uns, glaube ich, sehr viel Input geben könntest. Danke, dass du da warst. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, dass du auch Twitch-Star-Guest-Star mit mir getestet hast. Das erste Mal. Und es hat funktioniert. Ja, danke dir. Auch da habe ich dich begleitet. Ja, ja. Genau, da hast du mich begleitet. Ja, liebe Grüße aus dem Chat. Vielen Dank, Jolina. Und wir sehen uns ganz, ganz sicher nochmal wieder. Ja, vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Es war ein super schönes Gespräch mit dir. Ich bin natürlich sehr dankbar, wenn du mich wieder einlädst. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Dankeschön. Mach's gut, Jolina. Tschüss. Ciao. Es ist ein cooles Tool, muss ich sagen. Habe ich zu viel versprochen? Nein, oder? Ich habe diese Gästin extra auf die Woche danach geschoben. Und auch wenn ihr das auf YouTube jetzt seht, das ist ein Aufbau-Stream gewesen aus dem Betroffenen-Stream von der Queer & Community. Und ich finde es gut, dass wir das getrennt haben, weil wir auch jetzt anderthalb Stunden gebraucht haben und weil es die auch absolut wert sind. Sehr, sehr, sehr angenehm. Der Spendenkommand ist scheinbar aus. Es tut mir leid. Danke an alle Leute da draußen. Liebe Grüße auch an die YouTube-Leute da draußen. Ich bin sehr gespannt auf die YouTube-Kommentare. In der Regel wird das immer ein bisschen wilder als Twitch, aber ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, vor allem aus dem letzten Satz. Wenn ihr ein Apfel sein wollt, dann seid ihr Apfel. Aber da draußen gibt es auch noch eine Kaki und eine Kiwi. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.